Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal hier ein bisschen Fortnite. Ich habe jetzt letztens mit einem Freund einfach ein bisschen aufgenommen. Dann würde die Tage auch nochmal ein zweites oder drittes Video kommen. Mal sehen. Ja, aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, wohin? So gross. Lazy Lake. Okay, hier geht's ab. Eine Kiste, ich habe eine Kiste. Hier geht's richtig ab. Achtung, ja perfekt. Ich muss den einen verschweicht. Nein, 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 nein. Need you help? Ähm, yes. Ja, das ist ein dummer Kniss. Er ist ein Jürgen Burger. Er ist ein Jürgen Burger. Achtung, der kommt. Kommt sein Maid? Hier waren es die und... Warte, hier waren drei. Wir gehen Lazy Lake. Jetzt schaffen wir es. Bitte, und ich finde bitte in diesem großen Haus eine Waffe. Das kann auch nicht sein. In dem großen Haus, einfach keine einzige Waffe. Scheiße, da oben ist einer, der darf eigentlich jetzt noch. Ich bringe hier runter. Oh, Kiste. Soll ich zu dir kommen? Warte, ja, wäre gut. Hab einen. Warum kommen die immer zu zweit, Digga? Hat er dich ausgelesen? Nee. Aber der ist auch gut, Digga. Warum sind dich so gut, Digga? Hier ist irgendwo einer. Duck dich, wenn du vorhin bist. 22 Sekunden noch. Du musst hin jetzt. Du musst es wegmachen. Scheiße. Ja, Digga. Was für kleine Camper, Digga. Was ist los mit denen? Was geht in das weiße Haus hier? Okay, dann gehe ich in das da hinten, wo ich ungefähr markiert habe. Hast jemand ausgelesen? Ja. Oh, ich sehe da welche, aber ich mache lieber nicht auf mich aufmerksam. Kommen die zu mir zufällig? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Ja, ich bin tot. Warum? Der hat einen Palmgang. Hast du irgendwas Heelmäßiges? Ich habe Bandagen, zehn Stück. Ja, gib mal bitte. Ist ein Flugzeug. Lass das Flugzeug nehmen und auf einmal kommt der durch die ganze Dingsmuss fliegt. Ich kann fliegen, ich kann nicht fliegen. Ich kann es auch nicht, aber ich probiere es. Ich kann es auch nicht aktivieren. Ne, 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 ich will nicht, bro. Von wo? Von wo? Ich werde beschossen. Ja, ja, ich sehe die. Von wo, wo sind denn die hier irgendwo? Oh, hier geht richtig weit ab. Oh Gott, ich hab ihn grad voll erschrocken. Scheiße, einer ist bei mir. Das gibt's nicht. Hä, warst du tot? Ja. Hallo? Ach so. Leu, hab ich gar nicht realisiert. Sorry. Ne, jetzt nicht zehn Kills machen uns zusammen. Dann hören wir auf. Dann, ja. Okay, Leute. Komm, jetzt wird's jetzt wird tot. Oh nein, jetzt sind wieder diese Bots. Ich hasse die Bots. Ach, Digga, ich hasse Timor. Push, push, push. Er sieht dich doch. Da ist auch einer. Ja, die, ja. Wie wird's den pushen sollen? Hier oder da? Dann lass... Nein, nicht dahin, da komm ich nicht klar. Hat er Heaven oder Lazy Lake? Nein, lass uns einfach. Digga, der hat einfach Fliegen studiert. Der kommt perfekt an. Hab ne Waffe. Ich nicht. Ach nein, hier sind diese Bots. Direkt bei mir. Geht doch einfach weg. Blockst du die grad zu mir? Nee. Doch, eigentlich schon. Wow, danke. Ach, da unten sind die... Aber die, die sehen einen anderen nicht drauf schießen, die sehen einen anderen. Siehst du da hinten? Siehst du den da? Ja, ja. Nicht, nicht schießen. Oder? Oh, da ist noch einer. Hat ein Headshot. Da hinten ist auch noch der dann. Hä? Er ist rausgegangen. Er ist einfach rausgegangen. Wo war sein Jürgenbürger? Guck ihn dir an, Digga. Er hat aber rausgegangen, der Jürgenbürger. Was in der Birne? Er ist ein Ehrenmann, Digga. Er hat keinen Bock mehr. Schüsse. Wo? Wo? Bei mir. Bei mir. Ich seh den Blut nicht. Da, der ist jetzt dahinter. Auf ihn. Ah, natürlich. Ich nehm mal Kopfbild an, ne? Ach das. Warum kostet das eigentlich nichts, Kopfbild anzunehmen? Ja, weil du dafür ja was dann bekommst. Wäre ja dumm, oder? Ich geh mal gucken, was ich da machen lasse. Bleib einfach hier am besten. Ich geh nicht ganz drauf. Hab ihn. Ist das der? Ja, Digga, das war der Ehrenmann, Digga. Ich hab ihm im Auto einen Halt shot gegeben, Digga. Dann ist einer. Vorsicht, 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 der kommt da. Ja, ich bin weg, Digga. Ich bin weg. Das ist egal, Jürgenbürger, Digga. Ich geh zum Root Drop. Ja? Ja. Ich hoffe, es ist kein. Aber es sieht so aus, als ob hier niemand ist. Hier steht kein Auto, oder so. Ja, ach so, das Beste war jetzt hier nicht drin. Ein Root Drop. Ja. Was noch hab's? Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Lass ihn weg, bei dir sind drei Leute. Könnte sein, dass du gleich Besuch kriegst von ein paar. Wieso? Wieso? Die sind auch runtergegangen, da wo du mal bist. Nee, dann fahr ich lieber weg. Wir können auch hier zu der Tanksäule fahren, noch nicht. Also. Ist da mal ein Schuss? Das war echt auch so. Also. Wo ist denn das Ding hier? Bringt das was? Ja, ja. Ey. Was denn? Ich schieße die ganze Zeit, aber auch nicht. Dann lass uns dann hier lang fahren, ne? Ah, ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Och, Junge, mach das nicht. Amt, Digger. Perfekt, Digger. Stark. Und die Rekors, Digger. Ey, du musst das schon erst drehen. Ja, wollte ich. Hä? Geht nicht. Da schwimmern würden. X? Ja, Endless. Perfekt, Digger. Was sind das hier? Keine Ahnung, Digger. Irgendwelche Staffel. Warte, ich wollte. Ich guck nochmal kurz hier oben. Nice, mit Benzinkanister. Nice. Kann ich mitnehmen. Brauchst du Minis? Brauchst du Minis? Ähm, ne. Ja, bin drin. Was, ja? Ja. Aha. Wollen wir hier in das Haus hier rein? Ja, ja, lass in das Haus campen. Lass einfach campen. Ja. Da ist der Keller, ne? Komm mit. Nein, komm mit. Wo? Hier. Ich hab Jump Pads. Sechs Stück. War ich Magic? Ja, Digger. Okay, dann da oben fahr Dingsen, ne? Oh, ja. Ohne Impulsgranate, die könnten wir gut gebrauchen, oder? Ja, ja. Vor allem fürs Endgame. Okay, wo gehen wir hin? Lass wieder da rein. Ja, schön hier schließen, damit die nicht darauf aufmerksam werden. Warte mal. Wir sind komplett in... Es leben nur noch vier Leute, irgendwo. Zwei, zwei, ja, das ist egal. Das können wir schaffen. Ja. Stopp, hier ist einer. Gegner, Gegner. Komm mit, komm mit. Ah, der hat eine Aufwärterin. Es sind zwei, es sind zwei. Oh, Jungens. Ey. Warum sind das auf zwei? Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne eine kleine Bewertung darschauen. Auch beim nächsten Video wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Bis zum nächsten mal. Und wir, bigger, ditarren, dieotisch-аниз34 bewegung. Sadly gibt es nicht, es ist hier noch nicht zu sempre Das hier gibt es nicht auch dafür. Und ciao.